Seit über ein paar Wochen sind wir zu Hause, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Kindergärten, die Krabbelgruppen, die Spielplätze sind zu und die Kinder bleiben 24 Stunden zu Hause. Um einen Corona-Lagerkoller zu vermeiden, ist es sehr wichtig für die Kinder, sinnvolle und abwechslungsreiche Beschäftigungen zu suchen und einen Tagesrhythmus beibehalten. In diesem Video habe ich verschiedene Kniereiter und Bewegungsspiele gesammelt, die du mit deinem Baby, aber auch mit deinem Kleinkind machen kannst und so deinen Tag abwechslungsreicher gestalten kannst. Wir wollen uns begrüßen und machen das so. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen uns begrüßen, Annabelle, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen uns begrüßen und machen das so. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen uns begrüßen, Andreas, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen uns begrüßen und machen das so. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen uns begrüßen, Dola, hallo. Dola und Pudel, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen uns begrüßen und machen das so. Hallo, hallo, hallo. Wir wollen uns begrüßen, Mama, hallo, 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 hallo. Tief unter der Erde, vom Schnee bedämmt, da hat sich das Schneeglöckchen versteckt. Scheint die liebe Sonne und regnet es sacht, da hat sich das Schneeglöckchen gedacht. Da oben auf der Erde, im Sonnenschein, da möchte ich gerne ein Blümelchen sein. Es streckt sich und streckt sich und guckt aus dem Beet. Schaut mal, wie fest es auf deinen Beinen steht. Hört ihr Läuten ganz fein? Das Schneeglöckchen läutet den Frühling ein. Tief unter der Erde, vom Schnee bedämmt, da hat sich das Schneeglöckchen versteckt. Scheint die liebe Sonne, die liebe Sonne und regnet es sacht, da hat sich das Schneeglöckchen gedacht. Dort oben auf der Erde, im Sonnenschein, da möchte ich gerne ein Blümelchen sein. Es streckt sich und streckt sich und guckt aus dem Beet. Schaut nur, wie fest es auf seinen Beinen steht. Hört ihr Läuten ganz fein? Schneeglöckchen läutet den Frühling ein. Tief unter der Erde, im Sonnenschein. Tief unter der Erde, im Sonnenschein. Tief unter der Erde, im Sonnenschein. Im Bäschlein hell und frisch, da schwimmt ein kleiner Fisch. Er schwimmt, schwimmt, springt, taucht, spatelt, ruht, lässt sich schaukeln von der Flut. Im Bäschlein hell und frisch, da schwimmt ein kleiner Fisch. Er schwimmt, und schwimmt, und springt, taucht, spatelt, ruht, lässt sich schaukeln von der Flut. Und jetzt Andreas. Und jetzt Andreas. Fährt das Schifflein auf dem Meer, schaukelt hin, schaukelt her, kommt ein großer Sturm daher. Fällt das Schifflein auf dem Meer, schaukelt hin, schaukelt her, kommt ein großer Sturm daher. Fällt das Schifflein auf dem Meer, fällt das Schiff ins Meer, platsch. Mein kleines Pferd, es reitet durch die Welt, es reitet über Berg und Tal, wie es im Rad gefällt. Es reitet gern im Schritt, durch das ist nicht der Hit. Es reitet gern im Galopp, hopp, 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 hopp. Es reitet quer, fällt ein, und fällt ins Wasser rein. Es schüttet alle Tropfen ab und weiter geht's im Trab. Manchmal reitet's langsam und manchmal reitet's schnell. Ganz egal, ob lahm, ob schnell, ich streich ihn ganz gern sein Feld. Nochmal. Mein kleines Pferd, es reitet durch die Welt, es reitet über Berg und Tal, wie es im Rad gefällt. Es reitet gern im Schritt, durch das ist nicht der Hit. Es reitet lieber im Galopp, hopp, 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 hopp. Es reitet quer, fällt ein, und fällt ins Wasser rein. Es schüttet alle Tropfen ab und weiter geht's im Trab. Manchmal reitet's langsam und manchmal reitet's schnell. Ganz egal, ob schnell und lahm, ich streichel ihm sein Fell. Die Rollen im Bus, die rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder im Bus, die rollen dahin, stundenlang. Die Türen im Bus gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Die Türen im Bus gehen auf und zu, stundenlang. Die Wiescher im Bus machen Wisch, 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 Wisch. Wisch, 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 die Wischer im Bus machen wisch, 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 stundenlang. Der Fahrer im Bus sagt, Fahrkarten bitte, Fahrkarten bitte, Fahrkarten bitte. Der Fahrer im Bus sagt, Fahrkarten bitte, stundenlang. Die Babys im Bus schlafen tief und fest, tief und fest. Die Babys im Bus schlafen tief und fest, stundenlang. Die Kinder im Bus machen so viel Krach, so viel Krach, so viel Krach. Die Kinder im Bus machen so viel Krach, stundenlang. Die Mamas im Bus sagen, sch, 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 sch. Die Mamas im Bus sagen, sch, 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 stundenlang. Die Leute im Bus sagen, blablabla, 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 die Leute im Bus sagen, blablabla, stundenlang. Die Räder im Bus, die Räder im Bus, die rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin, die Räder im Bus, die rollen dahin, stundenlang. Große Ohren machen, tick, tack, tick, tack, kleine Ohren machen, tick, tack, tick, tack, tick. Und die kleinen Taschenohren, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tack, tick. Und die große Turmuhr, die schlägt, bim, bam, bim, bam. Und die kleine Kuckucksuhr, die macht, Kuckuck. 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 Nein, das mache ich. Kuckuck. Kuckuck. Nein, das mache ich. Nochmal, wir machen nochmal. Große Ohren machen, tick, tack, tick, tack, kleine Ohren machen, tick, tack, tick, tack. Und die kleinen Taschenohren, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und die große Turmuhr, die schlägt, bim, bam, bim, bam. Er hat Auto gesehen. Ein bisschen langsam. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Und noch schneller. Andreas, noch schneller. Ramsamsamsam, Ramsamsam, Guli, 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 Ramsamsam. Arafi, Arafi, Guli, 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 Ramsamsam. So starten wir inzwischen in den Tag mit einem kleinen Sinnkreis, bevor es mit einem freien Spiel weitergeht. Die Kniereiter und Bewegungsspiele bringen nicht nur Abwechslung in deinen Tag, sondern dienen auch der Sprachförderung, die regen verschiedene Sinne des Kindes an, die fördern Konzentration von dem Kind, aber auch stärken die Bindung zwischen Eltern und Kind. Ich empfehle sehr, die Kniereiter und Bewegungsspiele zu spielen. Ihr könnt das tatsächlich jeden Tag machen. Die Kleinen haben richtig Spaß daran. Und ihr habt auch Spaß und könnt gut gelaunt in den Tag starten. Ich hoffe, ihr singt mit uns. Die ganzen Texte zu den Liedern habe ich in der Infobox runtergeschrieben. Ihr könnt das einfach ausdrucken und mit euren Kleinen auch singen. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mit euren Kleinen auch zu Hause singt. Habt ihr vielleicht ein Lieblingslied? Das würde mich interessieren. Was mögen eure Kleinen? Und eigentlich haben wir viel mehr Lieder. Wir machen die immer in Abwechslung. Deswegen, falls du dich dafür interessierst und noch ein Video zu diesem Thema sehen möchtest, schreibt mir auch in den Kommentaren und wir drehen noch ein Video mit anderen Liedern. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, tschüss!